Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 28.900 US-Dollar. Gestern nochmal ein ordentlicher Abverkauf, zum Glück muss man aber dazu sagen. Long-Position wurde getriggert, habe ich ja gestern in der Telegram-Gruppe announced. Schauen wir uns auf jeden Fall jetzt gleich nochmal ein bisschen genauer an. Außerdem natürlich blicken wir ganz kurz auf Ethereum, der auch ordentlich gestern eingebrochen ist. Also auch hier gestern ein ordentlicher Crash. Vielleicht war das der von Freitag, der ein bisschen nachzüglich geworden ist. Auf jeden Fall natürlich auch ein paar News, die wir uns angucken. Und ja, wie wir jetzt weiter mit unseren Positionen umgehen, sag ich mal. Ob wir Profite nehmen, ob wir den wieder schließen, das schauen wir uns im heutigen Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News oder die aktuellsten Videos, so wie hier unser Marktausblick. Schaut euch den gerne an. Alle wichtigen Infos für nächste Woche, was die Stocks angeht, was Gold, was Bitcoin etc. pp. angeht. Dann kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und natürlich alles for free. Okay und ja, damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Chart-Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei knapp 29.000 US-Dollar. Das war gestern der Fahrplan, den wir uns im Video angeguckt haben. Der Plan war, dass wir hier unten nochmal eintauchen, die Liquidität aus dem Bereich der 28.400 bis 28.100 US-Dollar ziehen. Haben wir gemacht. Wir sind tief eingetaucht bis ungefähr 28.329 US-Dollar. Das heißt, bei jedem müsste diese Order getriggert sein. Das habe ich dann auch gestern nochmal in der Telegram-Gruppe hier announced. Ich bin Longwood abgeholt bei 28.400. Habe dann aber auch nochmal gestern Nacht, ja, 22 Uhr nochmal geschrieben. Ich hau den Stop Loss auf Entry rein und nehme Profite über Nacht und sicher. Und somit war es dann die sichere Variante. Das war auch ganz ehrlich mein Plan, weil ich habe heute Nacht nochmal so ein bisschen damit gerechnet, okay, wir kriegen vielleicht doch nochmal einen Abverkauf oder so. Jetzt aber ein bisschen Stabilität reingebracht. Nächstes Ziel, wo wir auch gestern schon mal drüber gesprochen haben, ist dann jetzt das Golden Pocket. Deswegen habe ich das Ziel ein bisschen wieder nach unten korrigiert. Erstes Ziel war ja 29.500. Habe jetzt aber hier das Golden Pocket. Also das heißt, der zweite Take Profit von diesem Trade liegt bei ungefähr 29.100. Lieber ein bisschen davor, bevor wir hier direkt aufs Golden Pocket schielen. Und ich will hier momentan kein Risiko eingehen. Ist sowieso der ganze Markt momentan, haben wir ja die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen, ist ein bisschen kompliziert meines Erachtens nach, da irgendwelche Entries zu finden. Der war jetzt perfekt, auch wenn wir ewig dafür gewartet haben. Ich glaube, ich habe das ja hier die letzten Mittwoch, Donnerstag schon announced, dass das hier perfekte Longzone wäre. Jetzt haben wir es endlich abgeholt. Wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal gucken, weil wir haben hier unten einen ordentlichen Schatten hinterlegt. Wir können uns das mal ganz kurz auf dem 15-Minuten-Timeframe angucken. Wurde halt relativ zeitnah wieder aufgekauft. Und solche Schatten sind halt einfach dafür da, dass sie auch gut und gerne wieder gefüllt werden. Die Frage ist, wie setzt sich halt der Weg danach fort? Gehen wir jetzt zuerst Richtung Golden Pocket, werden hier rejected. Dann haben wir eindeutig eine bearishere Variante, weil wir dann ein tieferes Hoch haben und somit auch die bearische Struktur im Endeffekt bestätigt haben. Dann werden wir wahrscheinlich mindestens das Ziel hier unten nochmal antesten, die 28.100. Wenn nicht sogar hier unten tief, die 27.900. Sollten wir dann wieder nur Retrace ins Golden Pocket kriegen. Also dann ist erstmal Fahrt nach unten angesagt. Und dann kommen wir auch wieder zu unserem Level, wo wir schon die letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen haben. Ich zeige es euch mal auf dem 4-Stunden-Timeframe. Dass wir hier die 27.200 bis ungefähr 26.900 wäre dann das erste Ziel, das erste Bearisher. Das zweite dann bei ungefähr 26.200. Und das dritte ist dann unsere Marke von 25.200 US-Dollar. Also es wird jetzt ganz, ganz interessant werden, wie sich jetzt so die Märkte ein bisschen verhalten. Wir haben nächste Woche VPI-Daten, wir haben Erzeugerpreise, die nächste Woche veröffentlicht werden. Das habe ich ja alles im Marktausblick dazu geschildert. Ich bin bei den Stocks sowieso ein bisschen Bearisher als bei Bitcoin. Bitcoin bleibe ich erstmal noch ein bisschen Bullish. Es wird sich nur meines Erachtens nach damit entscheiden, werden wir hier oben rejected bei 29.200, 29.300. Brechen wir hier drüber, sind die 30k und damit auch die 32.400 US-Dollar auf jeden Fall meines Erachtens nach weiterhin in play. Aber werden wir hier oben rejected, dann müssen wir wirklich aufpassen. Weil dann kann es wirklich sein, dass hier eine Abwärtsspirale losgetreten wird. Und wir uns einfach die Tiefstände, über die wir jetzt auch schon seit Wochen immer mal wieder diskutiert haben, die aber immer noch nicht gekommen sind, die werden dann wieder sehr wahrscheinlich. Wir schauen uns nochmal ganz kurz auf Binance. Ihr wisst ja, Binance meiste Liquidität, deswegen schauen wir uns hier mal an, was hier eventuell noch für den Daily Close wichtig ist. Wir sehen hier ordentliche Konsolidierung. Also für mich mindestens ein Close über der Marke von 28.000 US-Dollar wäre best case. Sollten wir noch weiter Bullish konsolidieren wollen, dann müssen wir über 28.800 US-Dollar. Das heißt, um die Struktur am Laufen zu halten, 28.600, 28.700 mindestens. Generell, Seitwärtsphase, wären so um die 28.000 US-Dollar, die für den Daily Close auf jeden Fall wichtig wären. Dann schauen wir uns noch einen Weekly Close an. Wie sieht der aus? Auch nichts wirklich, nichts Halbes und nichts Ganzes, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ein langer Week nach unten durch diese Woche. Aber ansonsten ist für mich persönlich eher der Daily Close ein bisschen wichtiger. Gut, dann blicken wir rüber zu Ethereum. Auch hier gestern ordentlicher Abverkauf. Auch hier bei mir neue Long-Position getriggert. Die ist bei, ich glaube, 1.861 ist sie getriggert. Also fast genau den Boden erreicht. Also richtig Bombe. Wir haben es leider nicht geschafft, hier unten die 1.859 zu erreichen. Das wäre dann so ein bisschen hier die 4-Stunden-Demand-Zone gewesen. Leider, leider nicht abgeholt um, ich sage jetzt mal 1 Dollar. Das wäre nämlich dann so das zweite Long-Szenario gewesen. Aber kann auch hier noch kommen. Wir sind eben auch hier, das ist die gleiche Struktur, die wir im Endeffekt bei Bitcoin haben. Golden Pocket, wo wir gestern erst leider drüber gesprochen haben. Golden Pocket hier oben rejected. Abverkauf. Sollten wir jetzt hier wieder so ein kleines Golden Pocket Retracement kriegen. Das heißt, wir ziehen uns hier mal das FIP-Level. Das heißt, wir gehen hier maximal bis 1.953 US-Dollar hoch und werden dann rejected. Dann brauchen wir hier unten auch nicht mehr long gehen, weil dann hat sich die ganze Sache ausgespielt. Und wir werden wahrscheinlich nochmal ein bisschen tiefer abverkauft. Nächste Ziele wären dann hier die 1.760 oder sogar die 1.700 US-Dollar-Marke Dealwix. Lassen wir hier unten mal weg. Aber das wären dann so ein bisschen die nächsten Steps. Sollten wir das hoch hier wieder rausnehmen, bleibe ich erstmal bei der bullischen Variante. Dann können wir immer noch ein bisschen höher steigen. Aber sollten wir jetzt hier wieder rejected werden, dann kann man hier sogar überlegen, ob wir hier gegebenenfalls sogar wieder in Short-Trade eingehen. Und dann, sage ich mal, den ganzen Abwärtstrend nach unten hin mitnehmen. Also das ist momentan, finde ich, die Märkte echt schwer. Wir haben Wochenende, Wochenende sehr, sehr viel Manipulation. Vor allem für gestern, für einen Samstag, haben wir hier einen ordentlichen Abverkauf gesehen. Also werden wir das mal sehen. Insgesamt waren es kurzzeitig 7,7%. Das ist viel für ein Wochenende meines Achtes-Nachtes. Das sehen wir ja teilweise nicht mal unter der Woche. Und da wurden wahrscheinlich sehr, sehr viele Longs liquidiert. Ich habe noch keine Karten gesehen, beziehungsweise keine Maps, wo das erläutert wurde, wie viele da gestern liquidiert wurden. Aber wahrscheinlich nicht gerade wenig, nachdem wir bei Ethereum diesen enormen Pump hatten. Und dann jetzt diesen Abverkauf. Wichtig ist, wir haben kein Lower Low gesehen. Das heißt, die Aufwärtsstruktur ist generell noch intakt. Wir müssen hier das Golden Pocket abwarten. Soll das Golden Pocket hier zu Widerstand werden, dann Short. Und dann müssen wir schauen, wo die nächsten Support-Zonen sind für gegebenenfalls eine Long-Position. Gut, dann war es das erstmal zu Bitcoin und Ethereum. Wie gesagt, Marktausblick habe ich schon hochgeladen mit S&P 500, Dow Jones, Gold etc. Wenn ihr das alles angucken wollt, einfach ein, zwei Videos vorher hinschauen. Dort wird das alles erwähnt. Dann gehen wir noch ganz kurz zu den News. Monetarisierung von Kultur durch Krypto und Eigentumsökonomie. Klingt sehr, sehr kompliziert. Klingt kompliziert, klingt aber auch irgendwie gut. Die Frage ist, brauchen wir es? Lest euch den Artikel gerne durch bei CryptoGuru.de. Ansonsten ist die ganzen Artikel auch in der Telegram-Gruppe announced. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Eventuell werde ich später noch 1, 2 Altcoins bzw. 1, 2 Aktienanalysen auf den Zweitkanal hochladen. Weiß ich aber noch nicht, ob ich es zeitlich schaffe. Und ja, ansonsten bleibt von mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Kommt gut in den Tag rein, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder zu einem ganz normalen Bitcoin-Update-Video. Und ja, dann war es das von mir. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.